Und damit herzlich willkommen wieder auf YouTube bei Sons of the Forest gerade in einer schönen Höhlen-Tour gegen Mutanten, wo wir uns die Mutanten-Rüstung geholt haben. Zu welchem Kreis eben, ne? Naja, eigentlich, ja gut, ich habe natürlich meine Tech-Rüstung rausgehauen, aber ich weiß nicht, ob die so viel besser ist. Oh, nee. Nochmal? Ja, aber glaube ich nur einer. Er besteigt den Stein. Ich seh's nicht, ich bin noch nicht bei dir. Mich nicht, glaube ich, er frisst da. Aber das ist ein normaler, oder? Nee, er ist kein normaler. Du schaffst es! Warum hast du nicht auf ihn gehauen? Und du von der... Pussy! Ich lass mal abwarten, was du das machst. Kannst du tiefleicht? Nee, nee, wahrscheinlich kannst du da noch nichts mit dem Kreuz machen, oder? Hm, genau. Let's go! Aber... Hinschlag und weg, dann, das ist ganz gut. Ja, nee, bei mir haut er dann immer diesen Move raus, diesen Schleuder-Move. Und dann fahre ich sofort eine... Hat sich schon wieder nicht gelohnt, weil ich schon wieder bei ihm was verloren habe. Das kann nicht wahr sein! Ich hab's tun mit Bad Timing in dem Game! Das ist ja pervers! Ja, wenn ich gehauen hab, das mach ich. Ich mach nichts mehr, ganz ehrlich. Wow! Nein! Scheiße! Ja! 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 der Speer, er stimmt das gar nicht. Hat man ne gewisse... Da hat man ne gewisse... Da hat man ne gewisse... Ja, der Speer ist one hit! Guck mal her! Äh, nee, nee, nee. Ich seh's nicht. Ja, jetzt! Drei, zwei, eins, let's go! Ach so! Ja, wegen der Distanz wahrscheinlich, ja. Aber ich hau mir gleich die Mutantenrüstung wieder drauf. Ah ja, aber ich glaub in dem ersten Teil gab's auch schon so Zeichnungen. Welche Zeichnungen? Die, oder? Ah, die... Die schauen eigentlich noch relativ frisch aus. Ja! Da bin ich voll bei dir. Mach mir das Licht an. Ah ne, das war schon an. Hat irgendwas gehört? Warte mal, ich mach mal wieder die Taschenlampe an. Warte mal, ich mach mal wieder die Taschenlampe an. Bleib bei dir mit der Taschenlampe. Vor uns. Vor uns, vor uns. Das ist ein Scrabelfiech, glaub ich. Oh je, ja. Okay, die Höhle ist schon anders. Krass. Mach mal, geh mal ran und schau mal wieviel Schaden die machen. Geh mal ran und schau mal wieviel Schaden die machen. Also der hat uns ja vorn beide gekippt. Ja, aber ich hatte da wirklich nur ein Strich Leben und keine Rüstung, glaub ich. Wir wissen, die Granaten, wie werfe ich die dann? Wo ist er denn da? Die sind schnell, ne? Die Granaten brauchen ein bisschen. Das ist wie das Dynamit bei Hand Showdown. Leute. Cool, es geht relativ flott, muss ich sagen. Schau mal. Ist er tot? Ist er tot? Nein, so. Aber die kann man nicht häuten, hab ich das Gefühl, ne? Doch, die kann man auch häuten, nice. Doch. Try, 2, 1, let's go. Discord down. OBS sagt Verbindung verloren. Nein, aber ich stehe dich noch in, 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 in. Ach so, okay. Bei mir läuft es aber im Stream noch mit Granaten rum. Der ist ein bisschen verzögert. Wie ist so zum... Moment mal ganz kurz. Ja. Das ist weg, das Stream. Internet. Es gibt keinen Sinn. Mein Internet ist doch da. Hä? Wie ist das Streamlick? Boah, OBS. Hinter dir. Hinter dir. Au. Wieder Verbindung erfolgreich. Yay. Scheiß OBS. Sorry, Leute. Heute. Heute hast du wohl nicht so krass... Heute läuft es wohl nicht so mit dem Internet. Ich merke das schon. Nee. Ich hab keiner. Genau heute, wenn es mit dem Stream laufen würde. Ey, es ist... Boah, ist so freudig. Ist so typisch. Das ist so typisch. Das ist nicht verhoben, aber der Streamleben bestraft uns. Die wollen einfach nicht, dass wir... Oh, Erfolg haben. Wow. Was ist das? Komm jetzt scheiß drauf. Let's go. Ach so, geh mal weg. Ich wollte ihn gerade werfen. Ach so, ja gut. Oh nein. Genau jetzt muss er laufen. Okay, warte ich für's. So haben wir mit dem Sperren. Okay, ich hab zwei Errüstung verloren. Oh, shit. Das ist eine gute Idee. Die können sich gerade nicht entscheiden. Wo ist eh zu zweit? Zwei gegen zwei. Das stimmt. Wow. Wow. Oh, fuck. Wieder zwei Errüstung verloren. All die sind stark. Die sind richtig stark. Also ich hab immer richtig Lüstung. Aufrüstung. Au. Und die halten auch so viel aus, man. So hinz. Aber ich hab über die drüber geschlagen. Den Popo rein. Da. Dass er noch ein drittes Loch bekommt. wieder mit zwei Rüstungen. Alter, Digga. Nee, die machen mir zu viel Damage im Nahkampf. Die können wir nicht mehr in Nahkampf machen. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Endlich. Ja. Der hat den Tod. Der hat aber gedauert. Ehe sehe ich. Ich auch. 3, 2, 1, let's go. Bittes sind jetzt nicht die Prüsporte, weil wir wieder ein bisschen weg gelaufen sind. Ja. Ich kann es mir sogar vorstellen. Nicht, dass er eh nur einmal da ist und dann... Na ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Boah, jetzt so Hunger und Durst. Da müssen wir ein bisschen gucken. Weil mein Ausdauer ist echt niedrig. Da sind wieder Babys, aber die gingen ja, ne? Da sind da viele Babys. Da sind da viele Babys. Boah, ich hab Faxen, das viele. Fängt ja schon an. Fängt ja schon an. Fiefen. Boah. Erinnert sich noch an die Szene im ersten? Mit Double Kill. Ja. Ja. Das ist jetzt. Da macht mir gerade richtig Damage. Ich hab von jeder Seite mich anspringen. Jetzt. Alter. Die machen mir richtig. Wir haben jetzt mehr Damage gemacht, als wie das Mutantenmonster davor. Ich bin jetzt gleich alle. Rüstung verloren. Komplett. Alles verloren jetzt. Nice. Geil. Hier ist kalt, du bist nass, du bist müde. Da lebt noch. Also ich habe richtiges Minusgeschäft gemacht bis jetzt. Denkt man sich immer so, oh ja, richtig viel Mutantenrüstung. Ja, für den ersten Moment geht das. Am Anfang war ich richtig voll, aber dann durch die einen Krabbelfiecher und jetzt die Babys da. Die Babys haben richtig reingekickt gerade. Ja, und der Streamstopp, der hat jetzt natürlich dazu gebraucht, ist keine mehr da, falls es dich interessiert. Jo, ist jetzt keine Überraschung. Nö, ich kann es ja noch nicht verübeln. Ich würde auch nirgends wohl drin bleiben, wo die ganze Zeit ist schon abkackt. Ne, das ist richtig nervig. Das ist Internet komplett weg, sonst sind Leute da und dann. Nö. Wie tief ist denn diese Höhle, Digga? Ja, aber er hat uns gefollowed. Ich hoffe halt, dass er vielleicht dann. Ja gut, vielleicht ist er noch da, weil zwei Leute waren noch da. Schauen. Ja. Vor allem waren es nur sechs Leute, deswegen sind bei mir oben sechs angezeigt. Ist halt echt schade. Mann, 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 Mann. Es ist dunkel. Ja. Wollen wir irgendwann, habe ich noch zwei Stimme? Weil das ist wahrscheinlich gerottet. Ne, das wäre sogar noch. Kann man machen, ja. Machen wir hier gleich. Ich mach's schon, brauchst du nicht mal. Ja. Also die Taschen man behält jetzt nicht so lang durch. Ich hab's so irgendwann weggetan beim Fight und nachdem ich Molotow nicht schmeißen konnte. Hallo, das wäre auch noch. Da kann man bestimmt trinken, oder? Ach, ich hab hier so das scheiß Sperrenland. Ne, nein. Boah, ich hab richtig Hunger, ja. Ich glaube, früßt du mein Ding weg, okay. Okay. Äh, ich hab dir noch weit reingelegt. Dankeschön für nichts. Warte, ich kann ja noch eine normale Fleisch reinschmeißen. Oh, komm, komm schon, bitte sag, dass ich das hier trinken kann. Ey, du hast doch deine Flasche dabei. Ah, naja, anders muss ich mir jetzt geben. Danke für den Hinweis. Ja, das sind Knochen. Da kann man sogar relativ gut draus trinken. Fleisch ist drin übrigens für dich, ne? Hast du es gesehen? Ja. Ja. So, den Arm hab ich ja los. Ja, perfekt. Ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich nur noch ein bisschen müde, aber sonst. Ja, ich nehme noch ein bisschen die Fackel her, wenn ich schon eine hab. Al, ne, die macht aber schon gut, die Fackel. Die ist richtig nah. Es ist wieder im ersten Teil, dass der mit der Fackel nichts sieht. Oh. Mach mal kaputt. Alter, ey, ich hab ein Messer in den Arm. Oh, nice. Boah, ich kann schon keine Konzerne mitnehmen. Ich auch nicht. Weiße. Dann hättest du die auch gleich futtern können, du Kackbogel. Manchmal sollte man nicht essen. Kann man nicht essen? Wieso kann man keine Konzerne essen? Das sind mehrere Konzerne. Dann ist doch Licht. Wieso ist da Licht? Alter, ich seh gar nichts mit dir fucking Fuck. Alter, aber man ist voll hell, ey. Nee. Ich hör doch das Schöne. Ich hör da auch irgendwas. Ja, du bleib mal vor mir. Ich seh richtig gut, wenn du von mir lebst. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin echt blind, weil die jetzt einfach geschlagen hat an deinem letzten Punkt, wo du standest. Okay, das ist ein geiler Effekt, wenn man mit der Fuck geschlägt. Oh, shit. Oh, shit. Bei mir hängt's. Ah, okay, geht wieder. Ja. Aber es ist praktisch, dass sie brennen. Brenn halt. Jawoll. Mutanten Rüstung. Ich kann drücken. Okay, 320. Sollten wir auch mal schlafen, vielleicht für Ruhe und so? Ja. Können wir auch mal speichern? Kann man hier so mit der Plane da was? Ja, ja, mit der Plane halt. Ja, was will man die Plane nehmen, ausrüsten. Ja, die Plane hinschmeißen, das mag hier das Spiel überhaupt nicht, hab ich das Gefühl. Welche Plane ist das unter den Felsen? Jetzt gleich nicht mehr. Hopp. Das mit der Plane ist eigentlich ganz nice, dass man nur über so einen Unterschluss brauchen. Ja, das stimmt. So, aber erstmal speichern. Und einfach mal in der Mutantenhöhle schlafen und hoffen, dass er nicht respawnen wird. Ja, das ist ein Argument. Definitiv. So, wunderbar. Jetzt bin ich auch ausgeruht, hab keinen Hunger mehr, alles top. Dann baue ich die aber wieder ab, ganz ehrlich. Ja. Sehr gute Idee. So, danach. Gehen wir mal... Ah, ich sehe nichts. Wo geht's hier weiter? Deine Fackel leuchtet dann doch immer noch nach dem Schlafen? Oder hast du eine neue? Nee, das ist eine neue Stelle. Da krabbelt was da vor uns, vor uns. Wo? Bleib da! Ich muss die anzünden. Ich glaube, die sind echt blind. Wenn du ruhig stehen bleibst, greift er dich glaube ich nicht an. Nice. Nochmal Mutantenrüstung. Woop, woop. Nix. Wo ist sie? Zwei, eins, go! Na, meine Rüstung geht wieder langsam noch rum. Gott sei Dank. Oh, die sind aber echt blind, ne? Die laufen halt. Da ist noch ein großer! Ein großer! Oh ja, ich sehe es. Einer auch anzünden? Oh yeah. Zündzahlladen. Einer ist umgekippt. Okay, ne Fackel ist glaube ich ganz geil. Besser wie so Meul. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hier sind zwei fetten Viecher. Hier ist leicht belastend. Boah, aber die Fackel. Was ist das für eine Lichtquelle? Ich sehe nichts. Ich sehe einfach alles. Ich leuchte dir mal, okay? Wie viel macht ein Brand? Mach mal. Kill die mal. Brand! Let's do it! Oh shit. Oh shit. Einer ist tot, aber einer kippt um, oder? Nee. Nee. Ich glaube, das sind echt alle blind, also wenn ich so dastehe, kracht mich keine Ahnung, ne? Oh, einer ist tot. Nein, doch nicht. Oh shit, okay, der ist doch nicht blind. Shit. Voll mit dem Bildschirm gesprungen. Ist er jetzt tot? No, das ist doch, der ist tot. Lol, doch, der ist tot. Guck, der ist tot, hier. Ich kann den, ich kann eh drücken, bei dem. Äh, dieses gefällt mir. David, bei mir steht der, aber... Ich drück immer eh... Kann du eh drücken? Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 wir machen nicht, mach man nicht, gehen mal zurück. Ich mag mal hier cool, da ist ein cooler Screenshot hier, wenn man den schon mal bestehen, so sieht, oder? Ja. so genau genau so ein bisschen weiter richtig schön ein bisschen näher an ja genau so es geht so einfach so stehen blanborkal richtig richtig nice die waffe weg schön okay okay dann komme ich nah ran okay ich kann drücken 321 go die fackel ist richtig stark ja okay okay sehr geil für den ding für 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 ein tag und du bist wieder weg glaube ich ja hallo ist ja stimmt ok 321 let's go da heute mal wieder was gelaufen zwei neue sogar ich krieg hier ist er hier ist noch ein mutant warum auch immer irgendwie da die hält auch was aus der fakult also ich kann es immer noch einem sehr praktisch und die ist sehr schnell die kraft und du bist wieder da wo wäre es ja was ist das hat stoff näher und stoff ist irgendwie schon mangelbar haben sie ja wenn man damit jetzt drei große fischer von uns verkünden kann wer was an der jetzt gespuckt das gesehen ist immer so wenn sie sterben jetzt habe ich noch nie gesehen kann e drücken ich auch 321 let's go das ist halt wieder so schlechte werbung wenn er gerade jetzt wo neue leute kommen dann logisch klar es ist so das wundert mich aber nicht das ist genau das was ich gemeint habe ich habe echt keinen bock mehr irgendwann mal wenn das immer wenn der stream läuft immer perfekt noch kommt kein mensch und dann läuft er einmal nicht oder oder fängt oder es kommen leute und genau dann fängt dann internet ist entweder weg obs spinnend irgendwelche anderen hardware kacke funktioniert nicht zum beispiel bei mir zum beispiel würde mich auch nicht wundern wenn das spiel ruckelt oder sowas das sind nochmal so mutanten der spuckt ja dauerhaft mir fehlt ein bisschen das sound also irgendwie so der können aggressiveren sound machen finde ich zumindest schreien und so das stimmt ja oh lol wenn die batterie leer ist tut automatisch eine neue rein übrigens ne oh ok das ist gefährlich gefährlich weil jetzt war meine leer und jetzt hat er instant zack neue aus schlürfen das ist eine große höhle muss ich sagen hätte ich jetzt ja die ist die ist sehr groß ich hoffe dass wir wieder irgendwo anders raus kommen wahrscheinlich müssen wir wieder raustauchen und sind dann wieder ganzen shit zurück will ich nicht gehen das ist dein und dein job ich muss mal kurz wach verwechseln es geht mit der fackel schlecht gegen die ich glaube an dich sieht sehr gut aus also die babys sollte man auch heute gibt es noch wie sie sind noch welche das waren ich will machst du da ist noch einer das ist noch einer das ist noch eine diese leider würde ich auch mitnehmen also hier sind aber die geilen sachen die man nicht mitnehmen kann das war schon erst also ja steht da ich will das zipferl was hier rausguckt amt dildo dildo für mutanten oh hat sich bitte nicht vorstellen halt ist so viel seil warte ich muss mal gucken ob ich was im seil machen kann das ist jetzt nervig irgendwie scheiße ich möchte mein ganzes kleber sich für die rüstung ja ich auch nicht weil ich habe ich habe ich habe kein kleber so wirklich was kann man noch mit zeilen machen weil ich mal seil in kombinieren rein und gucke ich rutschen reparaturwerkzeug ja gut an ein reparaturwerkzeug machen das kann ich nur machen muss ich sowieso früher oder später machen ja da habe ich halt jetzt sehen seilrutsche mit irgendeinem aber wo sind die ja schauen wir mal ich bin gespannt ob wir dann irgendwann mal mit einer äh mit speerrutsche mit einer seilerutsche mal arbeiten könnten irgendwo vor allem vielleicht mal so ein gerät findet dass man in beide richtungen rum aber mit seilrutschen seilrutschen seil bin ich voll die habe ich ja schon ultra viele aber ein seiler müsste ich mitnehmen können aber wenn man so viel seil findet ist vielleicht sei dann doch keine mangelware dann aber man kann sein auch ausrüsten dass man muss damit irgendwie wieder irgendwie was händisch passt so was ich gesehen habe man kann zum balken und da dann seil dran naja stimmt so zum klettern aber geht ja schon allein nicht weil ich die weil ich diesen diesen trage ding nicht machen kann mit beiden es ihnen schrägen drauf tun ja es geht nach oben aber die hüllen man schon immer geil in der forest oh ja es macht es echt richtig was denn die sind ja es geht nach links und nach oben ich würde erst nach oben gehen was da eng ist vielleicht ist da aber nach oben geht es halt eher nach draußen ja dann wissen wir dass da ein ausgang ist ist ja hier geht es nicht weiter aber ein koffer ist hier mit irgendwas ohne zeitung missing ceo ist das der mr puff ja etwas puff tonnen still missing still missing das erläutern ist das nicht die side rutschen wo wir letztes waren also zumindest ist das so ein side ding ach so ich habe schon wieder so ein vielleicht kommen wir da raus weil die geht ja eigentlich vielleicht vielleicht rutschen wir die gleich runter und kommen da raus aber wir sind mal die runterrutschen aber wir haben ja nichts eigentlich zum runterrutschen oder schauen wir mal ob das funktioniert vielleicht findet man da was zum runterrutschen die knochen die machen mich jetzt nicht gerade also diese diese naja die schädel ja ich habe gehofft dass hier wieder was geiles liegt euch jetzt so viel schleimmatsch ich habe das gefühl dass er gleich so ein schleimbeutel kommt der diesmal nicht feststeckt da wie der baby möchte man hin ja ja mann die trifft man so schlecht ja 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 ich treffe mich ja die ganze zeit oder bevor hat irgendwie besser funktioniert ganze zeiten ja hier liegt was am hier habe ich nicht aufnehmen ja dann ist es gleich ich kann es auch nicht aufnehmen nach hinten wegschmeiß weißt du so doch noch ein milo wieso liegt hier einfach nur essen ja ich weiß nicht keine ahnung wo ist denn da frage ich mittlerweile nicht mehr so vor oder wie zum beispiel die so baden ich will nach oben oh nein links und rechts ok ich geh erstmal nach oben weil ja wieder ja sieht gut aus sieht gut aus wenn wir uns noch die platine raus snacken habe ich schon ok bei laptops muss uns wieder noch einzelne drauf hauen ok das hüllen ist auch ganz weiß ich hörst du das auch wenn du gegen den gegen stein einfach dran ballers ja noch hinter dir doch noch mal da rechts von dir muss jetzt auch kurz entschütten angeklopft da ist noch ein total du kommst ja davon hat sich erschreckt mich nicht so schreibt mir nicht so ins mikrofon ich bin die vorwärter dir nichts denkst du ein fall für die fakult genau geht zurück brennt bisschen ich war so gut voll mit rüstung und scheiß babies und das ist der fucker jetzt oh man ich habe war ich glücklich dass ich doch vielleicht positiv rauskomme aus dieser neuer leber nie der projekte naja ok das ist auch ein bisschen baggy dass sie nicht mehr oh kip boah boah noch einer was der andere ist gestorben ist gleich wieder die äh ist gleich wieder gespawnt ja herrlich die weiß geil irgendwie bremter kommen doch bei mir brenner und er ist wenigstens umgekippt ja weil der noch lebt also ich nicht ja jetzt ich auch okay 321 let's go bevor der nächste kommt ich hab dir voll in die augen geguckt da oben war man schon und jetzt müssen wir auch unter wäre okay jetzt kann ich wieder l drücken so sind jetzt alle hier tot wo kann der bitte her da kann der kristen oder was ja doch schon wieder babies das sind wieder babies vor uns ja wo bist du denn da bist du muss mehr wusste muss das baby so ich glaube du hast mich gehabt gehittert du sag ich riecht so gut durch irgendwie nicht sagen also langsam würde ich doch aus der hülle raus wird schon langsam anstrengend die hülle batterie ist leer scheiß drauf scheiß das hat mich auch erwischt man so eine kacke was sind da viele es hat mich ja siehst du es ist gar nicht mehr so geil wenn zwei feiten da ist man also langsam wird so heftig wow what the fuck was bringt er mich da von hinten an da kommt da der fette holt eine fackel raus das geile bild hier ja 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 Nee, das ist auch noch BD. Ich räume mal die ganzen Babys auf ein bisschen. Er ist tot. Okay, nice. Ich habe schon ein paar Babys weggeräumt. Bist du tot? Ja. Ich komme. Keine Ausdauung mehr gerade. Die Babys haben mir ganz schön viel abge... Okay, 3, 2, 1, let's go! Let's go! Du bist durstig. Du bist durstig. Dann trinke ich was. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja eine Wasserflasche aus dem 3D Drucker. So. So, wo bist du? Da bist du. Ah, scheiße. Jetzt habe ich L gedrückt und der hat instant die Batterien reingetan. Weil ich eigentlich vorher Zeug rausholen wollte. Naja, gut. Dann haben wir halt nochmal eine Batterie. Oh, diesmal kann man ein bisschen mehr Armbanduhren sammeln. Ich habe schon 19. Also, das ist süß. Hast du hier eine Armbanduhr gesehen? Irgendwas habe ich überhaupt in meinem Inventar gerade gesehen. So. Ach so. Aha. Nice. Seilgewehr. Aha. Da sind wir. Da, Hamas. Rotkugeln. Was ist da? Nichts. Ich sehe nichts. Ah ja, doch da. Hier. Ah ja. Hier ist Seil. Und jetzt würde ich einfach hier mal fahren. Ja. Huiiii. Huiiii. Autsch. Aber das ist... Nee, das ist eine andere Höhle. Aber das heißt, wir könnten jetzt in die andere Höhle rein. Sind wir wieder am Anfang? Sind wir wieder am Anfang? Wir müssen wieder am Anfang. Oh shit. Oh fuck. Digga. Oh shit. Okay, ist natürlich... Ich bin nicht sicher. Ich sehe nichts. Alter, hat der mich jetzt erschrocken. Oh shit, 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 shit. Das sind wir hier. Shit, shit, shit. Tschüss. Es rettet uns immer noch hinterher. Glaubt, wir sind jetzt... Ah, hier geht's raus. Hier geht's raus, ja. Ja, aber gegen die will ich gar nicht falten. So wirklich. Bitte raus. Ja, ich auch nicht. Tschüss. Huuu, Digga. Boah. Okay, wir kommen woanders raus. Boah, müssen wir denn hier mit aufmachen? Ah ja, okay. Also wir sind schon... Rechts von der Hülle. Oh, da hinten sind wir rausgekommen. Okay. Ah ja, okay. Sehr schön. Okay, und da hinten ist nochmal Peilsender. Und nochmal Höhle. Okay. Passt. Nice. Aber ich würde fast behaupten, dass wir hier mal kurz ein Zelt aufschlagen. Ja. Und speichern. Und dann ist eh die Folge vorbei. Boah. Hä? Baust du oder soll ich? Ich baue schon. Ich habe mich gerade selbst erschrocken, weil ich habe nur meinen Finger eigentlich so auf... auf... Ähm, ähm, ähm... I gehabt. Aber dann hat er es geöffnet und dann bin ich anscheinend aufzusehen zu fest drauf gekommen. Marvin schleicht dich nicht immer so an. Achso, warum mache ich jetzt? Ach, ich bin doof. Warum mache ich jetzt ein Feuer? Na ja. Gehört zum Lager dazu. Ein Feuer. Ja. Guck dir mal, wie der Feuerzeug vielleicht. Herrschende ist auch wieder da. Der hat uns hier schon sehnsüchtig erwartet. Aber eigentlich könnte man nochmal in die Höhle und müsste eigentlich dahin, wo das Monster hergekommen ist, ne? Oder? Äh, ja. Aber ich glaube, da war Ende. Das war nur so eine große Höhle und der war halt da. Aber wir können es gerne machen, aber nächste Runde. Ähm, ja. Nächste Session. Ah. Du könntest auch nur einen Stock reintun, ne? Und dann kannst du auch schon speichern und schlafen, ne? Speichern. Yes. Speichern. Oh. Genau. Achso, weil dann müssen wir schließen und schlafen. Eigentlich nicht, ne? Nö, nö. Ich habe es gespeichert. Wunderbar. Und dann passt wunderbar. Cool. 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 Und dann erstmal auf YouTube wieder. Danke fürs zu gucken und habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Gerne ein Like da lassen und vielleicht auch ein Abo, wenn nicht verkehrt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.